also wieder eine extra folge ja dann habe ich halb bis zum 18 folgen ist ja auch nicht so schlimm das stimmt ist alles okay das ist ja egal dann mache ich das ich bereit schon mal weiter vor hier bald jetzt zu beenden oder doppelte folgenlänge oder bla und blub zu machen ist doch blödsinn da versuch war es jetzt die was etwas ungestresst noch mal dann nehme ich nichts rot nichts denn wird der ganze tank privatisiert ja das ist meiner dass nur ich und nichts rot haben kann und das so viel anders hat war doch nichts rot nichts nichts rot nichts genau zack zack juhu heißer so dass das ja so das sollte also die für den großen tank habe ich schon mal fertig die was die logistikpipes für die großen tank zum anschließen für muss und die engines jetzt brauchen wir noch die engines genau also die soll ich auch noch passen ja machst du schnell vier wedgzone engines also wenn man die wirklich an jede ecke ansetzen können was brauchst du noch birke ja hast du recht oder ich habe doch welche rüber geschickt ist doch in der kiste hier drin so hat doch gesagt in der kiste habe ich hier was reingeschickt ja dann voll dran vorbei also auch gedanklich nicht nur wörtlich 1 2 3 hast du hier noch irgendwie holz oder muss ich ist das drüben alles schon bürkenholz ist hier oben und das was ich abgebaut habe aber das ist ja schon planks also in der pyramide ja 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 gut weil dann komme ich kurz komme ich zur pyramide weil hier gibt es auch nur für auch wirklich gibt es ja hier auch was brauche ich denn 1 2 also soll ich 3 oder 4 redstone ich mache einfach 4 4 habe ich immer gemacht so das heißt also 1 2 3 4 habe ich so das habe ich was brauche ich da noch bist du redstone so jetzt muss ich hier die stromversorgung hier mal wieder hoch packen du hast kein redstone mehr müsste theoretisch in der kiste sein wenn da nichts mehr ist dann habe ich echt nichts mehr hast du dann hast du nichts dann ist mein ganzer redstone vorrat alle dann gehe ich gleich noch mal schnell zu mir ich habe noch genug ist es schon so weit gekommen mit mir ja ich glaube ein bisschen ist noch in einer kiste von der pyramide irgendwo hier unten ich mach erst mal mit komm schon komm schon noch den pixel treffen will ich nach der mauer zu also für die fünf jetzt ist ähm ist hier die koppelstone haben wir ja auch drüben ne ja die koppelstone habe ich überall rum fliehen ach das war leider zack naa knarzt warum lande ich eigentlich immer auf dem dach von der eingangstür weiß ich nicht weil du nicht richtig zielen kannst oder so ja wahrscheinlich ich verliere auch schon mal die stromversorgung jo hier ist noch ding für die logistikpipes 1,2,3,4 so ich glaube hier ist doch ein transportpipes hast du noch welche? so ich wohl hast du da zufällig gerade welche? chaos 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 moment gib 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 so was brauchst du noch? koppelstone transportpipes wenn du glaube ich hier hast überschuss her damit dann kann ich nämlich die stromversorgung fertig legen also die logistikpiepe stromversorgung so genau ähm workbench 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 der witz ist ich weiß gar nicht was ich mit der lava will mach nix ich will sie eigentlich nur haben ja ist doch gut oder nicht ja aber irgendwann muss ich dir ja auch mal ne obwohl dann kann ich ja mal ne smalge jubbies betreiben ne 4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 ach so ja 4x4,16 sag mir das doch einer chaos 4x4,16 cool man 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 das heißt jetzt hab ich das schon aufgeteilt hier und hab noch kein Eisen zack und zack und so ach nö zack was denn? äh welches Holz wo kann ich welches Holz nehmen? Birke äh weißt du einfach Birke die dritte Reihe zweite Reihe oder dritte Reihe? ja 16 das passt in mein so hab ich 64 so ab in mein mobiles crafting system ach stimmt du hast ja ne weil ich hab mir überlegt ich glaube Bretter einlagern werde ich nicht ich werde direkt lohnt auch nicht ne weil das ist Platzverschwendung da pack ich lieber das Rohholzeinlagerung mach ich lieber das Rohholzeinlagerung so also die Pistons habe ich schonmal jetzt brauche ich pro äh engine brauche ich 2 woodgear das heißt ich brauche da gleich ist der Chaos fertig ähm ach das war mal halt 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 ich brauche da für ein gear brauche ich 4 dings ne ja 4 sticks also 2 planks genau okay das heißt also das sind 2 gears 3 ähm da brauche ich 8 ich mag meine neue Tür ja so dann brauche ich was das habe ich das habe ich das habe ok alles so was kann man denn als nächstes machen so graus ich werde wirklich dafür wenn wir die Pyramide fertig haben dass wir äh uns dann mal um den Spawnpunkt kümmern ja äh und wir brauchen 2 Fackeln ne mit Stornfackeln habe ich hast du schon ok äh was wollte ich jetzt hier so äh äh was brauchen wir noch den Tank für den Nether haste ne der steht schon ist auch schon angeschlossen ah ist auch schon einfach super alles geil dann komme ich jetzt mal raus komme ich jetzt mal in den Neta ja im Moment bin auch gleich da weil du brauchst ja die Fackeln von mir geh aber schon mal hin kannst du ja ich komme gleich nach ganz kurzes leck ganz kurzen lag gehabt hier und gleich noch Trecker fahren Chaos ja jai zwei stunden lang ja das wird sehr interessant werden ha 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 meine Konzentration ist ja jetzt schon hin ja meine auch schon wir haben ja auch schon einen guten Morgen heute ist samstag der zweiten November oh schönen guten Morgen unsere Party ist heute Abend ja meine auch wie gut dass ich fünf stück gemacht habe gerade sam ich hoffe ich hoffe wenn ich die über lager platziere rente nicht geht er gar nicht ich habe nur fünf stück gemacht und meine ich halt noch welche so chaos ja dann brauche ich aber ach so ja warte ich habe noch ich habe noch ich habe noch ich mache ich mache ich mache nein 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 weißt du was genau mir ist gerade eine fackel am handen gekommen du hast eine in der hand bei mir ok bei mir war nämlich nicht mehr da deswegen bitte pump alle schauen sie gespannt darauf angeschlossen ja ja es entsteht zumindest koppel es entsteht stone aber wie tief die komplette tiefe baut ja nur die obere ebene ab weiß ich nicht ja das ist ja das schöne eigentlich an der die ersatzheit das komplett durch stone darunter ist nichts so geht lava kommt hier unten an es wird natürlich sehr lustig werden wenn hier irgendwann jetzt demnächst ne das ding wird jetzt ja okay wenn der tank voll ist ist der tank voll heute auch aufzubauen ja so alles okay das kommt hier geht da rein okay dann gehen wir mal durch das ding hat ja ein jungler oder ja ja aber wenn ich mir mal angucke was denn das für eine riesige steinfläche hier wird ja dann das gerät die reicht bis zu mir dann können wir uns schon überweg bauen ja egal ich gucke jetzt erstmal wie das hier weiter geht das warst du bist du jetzt ich bin gerade in die pyra gegangen da komme ich jetzt auch ich darf ja kurz neue fenster einsetzen auf jeden fall hier kommt lava an das ist schon mal gut so das heißt also logistik basic pipe und logistik extractor und das ding so hier kommt ich hab schon wieder eine basic type zu wenig ich werd nicht mehr noch eine ebene höher zack 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 kannst du mir eine basic logistik pipe mit ich bin gerade über dir egal ich habe ich komme ja von hier wo hat denn sam jetzt hier nochmal glas kaputt gemacht ach da und da die eine provider logistik pipe die hier drin ist die brauchst du nicht mehr oder nein gut dann nehme ich die jetzt auseinander weil ich brauchte so das ding jetzt brauche ich natürlich ein eimerchen was war das andere das da wenn ich bin von der rezept nicht genervt du hast aber eins vergessen ich habe keins mehr habe ich nicht nicht du ich habe keins mehr habe ich trotzdem nicht das da das da das da so zack 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 da war es ist lava am tank ja lava es fließt es fließt wir haben lava im tank auch durch geil das heißt ich muss jetzt nur 50.000 module machen hierfür damit ich eigentlich mein lager sortieren kann genau okay das war ich alles das mache ich auf screen das ist ja vollkommen uninteressant perfekt das ist die stromversorgung die läuft was noch mal den nächsten tank zwei kann man auch machen mindestens ich würde sagen ein tank auf jeden fall mit mit ja auf jeden fall das kommt denn hier der med tank hin ja und ein tank mit was gibt es noch in flüssiger form ganz der ganz dicker der ist ja langweilig wie wärst du mit ganz dicker denn flüssigen diamant geht das denn denn macht dann machen liquefied emerald geht es ja das ist das ist cool ja oder macht liquid force ja aber das zeug brauchst du ja für nix macht nix ist ja langweilig dann was haben wir denn hier ein chaos steckt mit seinem kopf halben stein na gut wir sehen also das funktioniert chaos du siehst es auch guck mal da nur der mittleres markiert weil die ganze einzeln anklicken die dinger da oben was ich in der hand habe ein was ist das das ist ein network monitor was macht ihr damit kann ich auch die logistik pips hier rechtsklick machen dann sehe ich wie viel die zum beispiel hier unten der extractor wie viel er an sachen schon gesendet hat auch gibt 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 in dieser sitze in dieser sitzung und über sein ganzes leben gibt gibt bei jeder machen bei jeder auf alle linge die klats ja jeder logistik pipe der season 13 in der lebenszeit auch 13 er muss man bei deiner hier hinten gucken bei deiner quasi ender kiste also geht das auch heute oben nein das ist ein network monitor der registriert nur items hier bei der hier hinten muss das mal machen 7400 items in seinem leben schon befördert ja echt so viel ja aber was er kommt allein was du hier an holz schon drin hast und an cobblestone guck dir doch mal du an du hast eine volle cobblestone kiste ich stelle auch wieder zwei volle ja fast volle moment die sind echt fast voll ja müsst ihr doch verarschen ich kann nicht schon fast zwei volle cobblestone kisten haben doch hier die von unten nach oben geschleppt von mir ach so hast du das alles in die holzkiste aber auch eingeworfen ja okay deswegen kommt 7000 zusammen ich meine guck mal wie viele items das sind ich stelle gerade fest eisen kisten sind wohl nicht ausreichend nicht für kobbel ich werde die rutsche nach und nach mit diamant ersetzen was kommt als nach eisen gold ja hat aber glaube ich jedoch hat mehr aber gold hat mehr ne ja na gut wir sind sogar pünktlich fertig geworden also was haben wir heute geschafft ein tank der zum drittel voll ist an öl ein bisschen über ein viertel so ein drittel der lavatank ist fertig der öl tank ist fertig alles funktioniert hier fehlen noch zwei bürken blöcke sam hat unten eine richtig geile tür gebaut und sam hat die ganze wände mit bürke verkleidet fein gemacht fein gemacht ganz am ende hier fehlen noch zwei stück okay chaos kriegt jetzt noch sein komisches zeug hier wieder manager so ja dann haben wir ja alles geschafft was wir geschaffen wollten sogar noch ein bisschen mehr die die restlichen wände werde ich denn jetzt auf jeden fall offscreen fertig machen das ist dann in der nächsten aufnahme seht ihr hier schon was fertiges kleiner tipp übrigens hier über den dinger kannst du treppen setzen falschrum ja dann kriegst du die kisten trotzdem auf ja warum weil darum was ich jetzt noch überlege ist dass der chaos mir eine riesige monitor bastelt der hier oben mit einem abstand nach oben und über den tanks hier bis man die ganze länge rüber geht und einen geilen schriftzug rein macht wo ich denn die ganze länge geht nicht doch ein geht nicht sondern so lange dürfen die monitore von komischer kraft nicht sein wie sein und sie gerade nicht genau sagen aber über die länge geht jedenfalls nicht okay und denn wird dort der abonnent des monats immer lang brausen der abonnent des monats habe ich mir ausgedacht der abonnent des monats und denn seinen name das kommt cool oder wenn ich gerade man das vielleicht machen könnte mit mehreren aneinandergereihten monitoren das werden wir feststellen wenn es soweit ist chaos ich sag mal in dem sinne wir beenden diese aufnahme das war es für heute und wir sehen uns dann in der nächsten aufnahme wenn es denn darum geht was machen wir eigentlich als nächstes hier in der pyramide wir wissen es noch nicht wir überlegen uns das in der zeit also bis dennne tschüss sam tschüss chaos tschüss zuschauer du mich auch chaos